Hallo, ich bin Luca und ich möchte euch von meiner guten Freundin Brenner erzählen. Sie kommt aus Boise, Idaho und wohnt in Provo mit meinen anderen Freundin Grace. Sie ist 21 Jahre alt. Sie hat zwei Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Sie spricht Deutsch und Englisch und arbeitet auf der Universität in das Kennedy-Zentrum. Ihr Hauptfach ist Soziologie und ihr Nebenfach ist BWL. Sie hat keinen Traumberuf, aber ich finde, sie sollte eine Professorin oder eine Therapeuten werden. Ihr Lieblingsfarbe ist Rot, ihr Lieblingspromi ist Slash von Guns N' Roses, ihr Lieblingssängerin ist Teiko Onuki und ihr Lieblingstier ist ein Tiger. In ihrer Freizeit Brenner trifft ihre Freunde in den Park oder zu Hause. Also, sie geht oft die Kino, meistens das International Cinema auf BYU, mit mir und unseren Freunden. Natürlich, sie ist sehr cool und sehr interessant. Ich bin sehr glücklich, denn sie ist meine Freundin. Ich bin sehr glücklich, denn sie ist ein Tiger.